Musik 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 Das Dach Denn da habe ich gerade noch überhaupt gar keinen Plan Flachdach Näääääääää Ahja was ich noch machen wollte mehr das hat sich nach oben gepackt die ja ist das aber ich würde sagen ich kann mir erst mal ein so das pinke dahin von dem haben wir jetzt nicht mehr so viel geht es ist feierdienst oder 4 stets brustes stört wir waren das so keine ahnung jetzt war ich glaube so die reisen gibt immer dahin so die nacht also gehen wir kurz schlafen Wie machen wir das? Also ich brauche jetzt erstmal genug Zäune Was wir hier gerade gar nicht haben Wunderbar Wie viel Zaun brauche ich denn da? Ja komm eins geht noch So Meine können wir nämlich ein Stack Dann essen ja dann zwei Stacks Zäune Ja Egal Jetzt möchte ich mal genau was testen Ob das geht Wenn ich jetzt hier Damit wir da nicht runterfallen Ja das geht wunderbar So Die Plattform sieht es natürlich noch ein bisschen aus als ob sie jetzt in der Luft schwebt Aber Wenn das dann fertig gebaut ist In der nächsten Aufnahme Wenn ich mir was überlegt habe für das Dach Dann werde ich hier an den Ecken Also hier Werde ich dann das so zum Dach führen lassen Oder zu der Decke Damit das So von der Decke runter Ragt Oder so von der Decke getragen wird Und Diese Doppelpfosten hier Der wird noch nach oben fortgesetzt Als ob dann bis zur Decke Damit Vielleicht kann ich von hier da drauflaufen Ja ist ja prickelnd Aber Das sieht ja auch noch ein bisschen Naja Ich habe doch da unten Koppkabel gefarmt oder? Wo war denn das? Ach das war da hinten Wo? Wo? Wo bist du? Da Alter What the fuck Hier war es Ja Hier habe ich ein bisschen gefarmt Koppel Genau Dann kann ich da eigentlich wegholzen So Dann da auch Mal Werd ich sagen Würde ich sagen Machen wir hier auch mal noch so Weil das Alter Leute Warum habt ihr nichts gesagt? Guck mal wie schäbig das aussieht hier Da Dann machen wir hier noch Eine schöne Insel draus Also hier so Dass wir die ein bisschen vergrößern Dass wir das dann hier alles zu Land machen Dass wir noch mehr bauen können Ähm Dann muss ich Dann kann ich den Baumteilen schon mal gleich fällen Den hier Was ist denn das da? Ach ein Beaver Alles klar So Jetzt gucken wir mal Die stehen da eigentlich richtig Die kann man eigentlich lassen Und die möchte ich jetzt nicht abholzen Weil sonst sehen die wir das so schäbig aus mit den Blättern So Unsere Büsche Sehen ja auch nicht schlecht aus Ach du Scheiße Ach ja Warte kann ich das jetzt eigentlich machen Ad Bibliocraft Ah Ja Bibliocraft kenne ich noch Und zwar aus dem allerersten Single Minecraft Projekt Projekt Da hatte ich das auch drauf Aber als Mod Aber als Mod Weil ich nicht vor War eigentlich recht geil Muss man sagen Aber das war dann halt auch irgendwie dann Ich weiß nicht Das ist jetzt halt gerade so Sowas hier Für Waffen reintun Oder irgendwelche Sachen Einfach Keine Ahnung Ach ja was ich noch gern machen möchte Ist ein Mülleimer Wo bekomme ich Lava her Gehen wir mal gucken Ob wir nicht vielleicht Lava herbekommen Nein Fick dich Wo steht er hin Wo steht er hin Hallo 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 Bleib da Hier ist Lava Das ist ein wunderbar Erschen Und so Und so weit weg ist es ja eigentlich auch nicht Wir sind einfach bloß wieder hier hoch Hier so Ich leuchte mal aus Dass wir den Weg auch wieder finden So Das ist der Weg zur Lava Ein sehr weiter Weg Hier ist er eigentlich Spitze Wo tue ich denn mal hin Den tue ich glaube ich mal hier hin Ich brauche was zum Zum Verschölern Brauche ich Acht Gut Ja Ich brauche sie Ich brauche es Ich brauche es Ich brauche es Ich brauche es Dass ich mich